Hallo, in diesem Tutorial möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie Ihre FH-E-Mails auch über Ihr iPhone empfangen und auch senden können. Gehen Sie dazu auf Einstellungen und wählen hier Passwörter und Accounts. Gehen Sie nun auf Account hinzufügen und wählen hier Andere. Unter Mail Account hinzufügen geben Sie nun Ihren Hochschulaccount ein. Unter der E-Mail geben Sie Ihre E-Mail-Adresse der FH Erfurt ein. Diese besteht aus Ihrem Vorname.nachname.fh-erfurt.de. Zudem geben Sie das Passwort Ihres Hochschulaccounts ein und unter Beschreibung können Sie wahlweise FH Erfurt E-Mails eingeben. Unter iMap gehen Sie nun zu den eintreffenden E-Mails und geben hier folgenden Hostnamen ein. webmail.fh-erfurt.de Auch hier wird Ihr Hochschulaccount und das zugehörige Passwort eingegeben. Diese Eingaben wiederholen Sie nun auch für die ausgehenden E-Mails. Sie haben nun Webmail der FH Erfurt erfolgreich auf Ihrem iPhone installiert. 28 28 29 29 29 31 Vielen Dank.